Ein Spieler, der eine sehr saubere Technik hat, der den Ball sehr gut mitnimmt, sehr ordentlichen Pass spielt und schnörkellos spielt, direkt Pass spielt, mit wenig Ballkontakten auskommt. Sauber, intelligent und effektiv. Unter Sauber eben eine saubere Technik auf dem Platz haben, sauber auch gegenüber den Fans, den Schiedsrichtern immer fair zu sein, spielintelligent vorausschauen, Situationen früh erkennen, die Spielübersicht auf dem Platz und effektiv meine Aufgabe als Verteidiger eben hinten wenig anbrennen zu lassen und vorne auch effektiv zu sein, Tore auflegen oder auch Tore selber erzielen.